Hallo und willkommen zu Projekte leicht gemacht. Kennen Sie das auch? Sie arbeiten wie ein Blöder und trotzdem gibt es Dinge, die immer hinten runterfallen. Andere Aufgaben, die fangen Sie zwar zeitig an, aber die dauern viel, viel länger, als Sie gedacht haben. Tja, und dagegen hilft Timeboxing, eine ganz einfache Methode, seine Arbeit zu organisieren. Machen Sie es wie Elon Musk, machen Sie es wie Bill Gates und wie viele andere, die diese Methode erfolgreich benutzen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Eine Situation, die vermutlich vielen von uns sehr bekannt sein dürfte. Es ist Freitagnachmittag, die Arbeitswoche ist um. Doch was ist geblieben von all den hochfliegenden Plänen? Was haben Sie geschafft? Alles, was Sie wollten? Alles, wo Sie sicher waren, dass es Ende der Woche erledigt ist? Nee, so geht das den wenigsten. Die meisten wundern sich nämlich, was sie alles nicht geschafft haben in der Woche. Ich meine, Sie haben ja so viel zu tun, da können Sie ja gar nicht alles schaffen. Oder doch? Manches haben Sie vielleicht einfach aufgeschoben. Warum das unangenehme machen? Wenn es doch genug anderes zu tun gibt. Anderes, das war vielleicht gerade nicht das Wichtigste. Ja, endlich mal diese Projektdokumentation abschließen. Das schleppen Sie jetzt seit Wochen mit sich rum, aber nie ist es auf Priorität eins. Aber solche Themen, die häufen sich an. Der Berg, der wird immer größer, wenn Sie nicht aufpassen. Klingt hoffnungslos, oder? Tja, dann denken Sie mal nach, wann plötzlich alles ganz schnell gehen kann. Richtig, wenn es muss, kurz vor der Deadline. Morgen ist der letzte Termin für die Steuermeldung. So manch einer entdeckt da plötzlich eine nie gekannte Effizienz. Klar, vorausgesetzt Sie geraten nicht in Panik oder Schockstarre. Aber, tja, das zeigt. Es geht doch. Ich meine, normalerweise setzen Sie sich hin und arbeiten ab. Was Sie halt so schaffen. Sie beginnen eine Aufgabe und dann dauert sie eben so lang, wie Sie dafür brauchen. Ja, und dann laufen Sie genau in die Falle. Die Aufgabe ufert aus und anderes wird nie erledigt. So, wenn Sie sich jetzt aber Deadlines setzen, sich nur begrenzt Zeit geben und außerdem einen Plan machen, wann Sie was bearbeiten, dann schaffen Sie künstlich die Situation, wie kurz vor der Steuererklärung. Die Situation, wo plötzlich alles ganz schnell geht. Und nichts anderes macht Timeboxing. Timeboxing ist eine Methode des Zeitmanagements bzw. der Organisation, in denen feste Zeitblöcke für Aufgaben reserviert werden. Zuvor wird genau definiert, was am Ende der Timebox erreicht werden soll. Eine Zeiteinheit, die kann dabei Minuten, Stunden oder auch Tage dauern, je nach Aufgabe. Also, Zeitblöcke bilden das Gerüst für die Planung. In jedem dieser Blöcke sollen definierte Aufgaben erledigt werden. Ein kurzer Einschub. Das Ganze funktioniert übrigens nicht nur im persönlichen Zeitmanagement. Das geht auch für Teams und deren Aufgaben. Im agilen Projektmanagement zum Beispiel wird das gern eingesetzt. Im Scrum zum Beispiel. Da werden Meetings in strenge Timeboxen gezwängt. Und auch die eigentliche Arbeit wird so organisiert. In sogenannten Sprints. Timeboxen, die mehrere Wochen lang andauern. Der Prototyp soll in zwei Wochen fertig sein. Genau das ist eine Timebox. Aber zurück zum persönlichen Zeitmanagement und zur Arbeitsplanung. Wie funktioniert das jetzt im Timeboxing? Also, erstens müssen Sie die Aufgaben sammeln. Verschaffen Sie sich einen Überblick. Was ist zu tun? Zum Beispiel aus Ihrer To-Do-Liste. Dann müssen Sie schätzen. Die Zeit schätzen. Wie lang wird die Aufgabe dauern? Das müssen nicht immer gleich lange Zeitblöcke sein. Nein, das muss passen. Und dann, ganz wichtig, Pausen einplanen. Und zumindest empfehlenswert, Pufferzeiten müssen Sie ebenfalls einplanen. Ich meine, es wird Störungen geben und es wird Mehraufwände geben. Das kann man nie ganz verhindern. So, das sind also die groben Schritte. Ganz einfach. Klar, im Detail muss hier jeder seinen eigenen Weg finden. Ich meine, vermutlich gibt es so viele leicht unterschiedliche Timeboxing-Umsetzungen, wie es Menschen gibt, die damit arbeiten. Vielleicht kennen Sie auch die Pomodoro-Technik. Da haben wir ja auch zwei Videobeiträge. Das ist im Grunde auch eine Methode, die mit Timeboxen arbeitet. Eine ganz besonders strenge Umsetzung sogar. Aber jetzt zurück zur allgemeinen Idee des Timeboxings. Machen Sie sich also einen einfachen Tagesplan und oder Wochenplan. Klar, das braucht anfangs ein bisschen Übung. Gerade das Schätzen der Zeiten. Aber da werden Sie schnell besser. Übung macht den Meister. Außerdem machen Sie die Blöcke nicht zu kurz. Das gibt nur Stress. Und dann leidet die Qualität. Das wollen wir auch nicht. Klar, Elon Musk, der hat vielleicht 5-Minuten-Blöcke. Aber der Mann ist ja auch ein Überflieger. Und wenn es dann trotzdem mal partout nicht reicht mit der Länge der Timebox, dann haben Sie ja noch die Pufferzeiten. Oder aber, wenn es ganz schlimm wird, planen Sie einfach neu. Und eines dürfen Sie dabei nie vergessen. Disziplin ist wichtig. Halten Sie sich an die Zeitblöcke. Sonst können Sie es gleich lassen. Also, die Methode ist ganz einfach. Nur ein bisschen Planen und ein bisschen Disziplin. Aber Sie haben eine ganze Menge davon. Es gibt kein Aufschieben mehr. Auch die lästigsten Sachen werden erledigt. Dann Aufgaben mit Prio 2 und 3. Die werden nicht mehr komplett vernachlässigt. Wenn Sie die nämlich immer liegen lassen, dann werden viele von denen sonst irgendwann zu einem echten Problem. Und zwar das mit hoher Priorität. Und es gibt immer einen klaren Arbeitsplan. Es ist immer vorgegeben, was als nächstes anliegt. Kein ständiges Grübeln. Was kommt denn nun? Tja und? Die Dinge werden wirklich fertig. Der Deadline-Effekt. Die Dinge werden fertig, weil die Zeit begrenzt ist. Kein übertriebener Perfektionismus mehr. Sonst werden Sie nie fertig. Und fokussiertes Arbeiten. Eine Timebox, eine Aufgabe. So einfach ist das. Tja, und zum Schluss? Motivierend ist das Ganze auch noch. Das klingt vielleicht banal. Aber Aufgaben abzuhaken und den Fortschritt im Plan zu sehen, das fühlt sich einfach nur gut an. Probieren Sie es mal aus. So, das war es dann schon für heute. Unterm Video gibt es wie immer weitere Links. Einmal zu dem Artikel zum Thema. Und außerdem zu unseren Online-Kursen zum Projektmanagement. Da lernen Sie dann, was Sie sonst noch alles so im Projekt gebrauchen können. Und ganz zum Schluss wie immer. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann geben Sie uns einen Daumen hoch. Abonnieren Sie unseren Kanal. Wir sehen uns wieder. Bleiben Sie dran. Bis zum nächsten Mal.